Der Dancing Stars Comedy Talk mit Marion Petric. Herzlich willkommen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge vom Dancing Stars Comedy Talk. Heute wieder zwei wunderbare Gäste bei mir. Zum einen die Jurorin Karina Sarkisova und zum anderen das berühmteste Schweinchen Österreichs. Ich würde sagen, wir starten gleich einmal mit dem Schwein. Also bitte mit Verlaub. Entschuldige liebe Karina, du bist noch gar nicht dran. Also ich möchte sagen, ich bin schon eher der Sie-Töp. Liebes Schweinchen, eine berühmte Supermarktkette Österreichs hätte sehr viel Geld dafür bezahlt, Sie auf dem Tanzparkett zu sehen. Haben Sie keine Erlaubnis bekommen? Aha, ja natürlich. Also der Bauer hat gesagt, ich darf nur mit der Biolehrerin tanzen. Und außerdem hat er gesagt, ich muss meine Figur behalten. Also ich muss fett bleiben, also wegen der Wurst und so. Außerdem habe ich gesagt, gibt er uns ausschließlich den Karree-Olé oder den Schweinsgalopp. Ja, natürlich. Also ich muss jetzt schon sagen, wir sind da wirklich ein bisschen zu viele Tiere mit auf Sendung. Also zuerst dieser Affentanz rund um Soso und jetzt auch noch diese Schweinereien. Ich würde sagen, wir konzentrieren uns auf glückliche Tiere, wie zum Beispiel meine beiden Möpse. Das war der Comedy-Talk für heute. Nächste Woche wieder bei den beiden anderen Juroren, nämlich Nicole Hansen und Balasch Ecker. Eine angenehme Woche. Ihre Mara und Petric, auf Wiedersehen.